Unser nächster Beitrag dreht sich voll und ganz um Nonnen. Sister Act ist Ihnen vielleicht noch ein Begriff, dann werden Sie vielleicht auch wahre Freude an dem neuen Musical Nonsense an der Tribüne haben. Denn dort geht es nämlich um das Klosterleben, um Benefizveranstaltungen und um Nonnen. Und unter deren Uniformen Kutten stecken wirklich sehr oft wahre Showtalente. Lassen Sie sich also überraschen von dem neuen Musical Nonsense. Berlin ist um ein neues Musical reicher. An der Tribüne feierte diese Woche die Produktion Nonsense-Premiere. Vier Nonnen und die Mutter Oberin stehen auf der Bühne und veranstalten eine Benefizveranstaltung. Sie brauchen Geld und das für einen ungewöhnlichen Zweck. Sie müssen die Beerdigung von einigen ihrer Klosterschwestern bezahlen, die unglücklicherweise an einer Lebensmittelvergiftung gestorben sind. Wenn Gott gewollt hätte, dass jeder so aussieht wie die Masse, dann hätte er nicht die Neuner gefunden. Das stimmt. Herr Bester Marie-Leo, deine Berufung ist eine Karriere. Denn eine Neuner willst du sein, ihm dein ganzes Leben ein. Die Nonnen haben eine Unterhaltungsshow organisiert, bei der jede von ihnen ihren persönlichen Auftritt hat. Dabei kommen ungeahnte Talente zum Vorschein und die eine oder andere erweist sich als wahre Sangeskünstlerin und Entertainerin. Wer Spaß an Filmen wie Sister Act hatte, der wird auch an Nonsens seine Freude haben. Und auch Musical-Fans werden auf ihre Kosten kommen. Oh, warte mal! Amnesia! Ich habe eine Idee! Wir präsentieren Ihnen in wenigen Baubenicken, taure Ficken! Nonsens! Das Kloster-Musical ist jetzt an der Tribüne zu sehen. Und in das kleinste, lass sie mit meinen Füßen kreien! Oh yeah!